Musik Die Klasse 4b geht in den Park und möchte Müll sammeln. Wir gehen heute in den Park und sammeln Müll. Das ist ja viel Müll. Ja, komm, wollen wir da hin? Können wir auf den Spielplatz? Nein, wir wollen Müll sammeln. Guck mal, da wirft jemand Müll einfach so aus dem Fenster. Hört auf, den Müll aus dem Fenster zu werfen. Ich habe eine Idee. Okay, die müssen mit dem Müll wieder aufsammeln. Gute Idee. Alle, alle, helft uns mit dem Müll wieder aufzuräumen. Okay, ich habe schon einen Sack voll. Super. Können wir auch in den Stadtpark? Also gehen Sie in den Stadtpark. In zweier Reihen aufstellen. Die zweite Tüte ist voll. Super. Da liegt noch was. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Bitte, das haben wir gerne gemacht. Wir schmeißen jetzt keine Müll mehr in die Umwelt. Bitte schmeißt keine Müll in die Umwelt. Danke.